Big 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 que sheuk Hab ich ihn gekillt? Nein我在 der Janle Was soll die Scheiße? Wir haben nur Headshots wirklich. In jeder Entfernung Naja around die Looking Super Mongנים Was bist du? Wir nähern uns jetzt alle Hey wer sniper denn da hinten? Richtig unnötig, Alter. Ey, ich fahr die jetzt alle mit dem seinen Wagen um. Mit dem seinen Wagen. Weißt schon, dass der nur auf Beifahrer ist? Hm. Ja, Nico, du bist ja schon wieder tot. Leute, wer ist denn das hier immer? Irgendein Hurensäure. Von wo schießt der denn? Mann. Ey, der fährt mich mit seinem Wagen um. Ein richtiger Hurensäure. Ja. Oh, nee, jetzt geh ich hier die Leiter runter. Sag mal, bin ich behindert? Ah! Das ist doch voll unlogisch. Er kann durch seine Scheiben durchschießen, aber wir durch seine nicht. So, jetzt hab ich dir seine Karre in die Luft gesprengt. Jetzt hat sie mir erreicht, Mann. Was ist das? Oh, Mann! Was ist denn das immer für eine ehendige Hure? Mann, ey. Du, 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 du. Da oben steht noch irgendwo einer. Ist vorbei. Oh, ich bin Dritter geworden! Haha! Wie geil ist das denn? Nico, bist du Zweiter? Gar nichts. Lol. Hä? Wie geht das denn? Rang erhöht. Was bin ich gewonnen? Gar nichts, weil du wahrscheinlich gar nicht oben warst. Doch, ich war einmal oben. Ey, der hat meine Fahrzeuge noch kaputt gemacht, Alter. Da oben ist er irgendwo gespawnt. Ballert er denn nicht auf mich? Ah, da oben. Ja, ich glaube, ein Trägerplicht ist ein Minigun. Gar nicht so hoch, ey. Der Typ ist doch ehemals krank im Zweiten, Mann. So, da ist er weg. Der Zerder 3. Dabei. Da sind wir vorbei. Mechaniker, mal gucken, ob ich hier mein Auto hochkomme. Wer verlassen. Wer hat verlassen? Der Typ. Hat irgendjemand ein Auto? Ja, warte. Ich rufe eins. Du bist, ich bin zu nah dran. Nein, meins steht da oben auf dem Berg, aber da kommt man, glaube ich, nicht hoch. Ja, da hier. Nehmen wir einfach eins. Ja, okay. Ey, ich fahre mitfahren. Ich will mitfahren. Vorher muss ich noch schauen, welche Karre jetzt zu außen ist. Büfter. Lass ich meinen wieder explodieren, oder, Nico? Aber beim Büfter können nicht alle mitfahren, oder? Ja, wenn es so zwei Sitze sind, würde ich sagen, wer zuerst mal zuerst, oder? Ja, im Entity auch nicht, Jojo. So. So, ich kann aber keins rufen, weil ich zu nah an dem bin, weil es steht da oben. Nico, mach du, also ich habe jetzt mal einen Büfter gewollt. Oder ich zerstöre mein Auto. Ja, ich fahre bei Jojo mit. Oder ich zerstöre mein Auto da oben. Das ist ja da nicht zugehet. Oder ich probiere es mal. Alter, wenn du ihn triffst. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Krank. So, aber wer mitfahren? Ich. Weil ich, äh, dass das drin ist? Ja, ich dachte, oh, jetzt habe ich Sterne. Oh, jetzt musst du erst bei der Scheißungsgeld haben. Oh, ich wollte das auch sagen, wie ich war. Oh, Mann, jetzt muss ich erst bei dieser hessischen Versicherung anrufen. Ich habe nur durch die Aktion jetzt 370 Euro bekommen. Was? Ja, wieso kostet die Munition locker? Ey, wartet doch mal hier, bitte. Du hast doch auch nicht auf uns gewartet. Ich kann das. Ja, aber bis meine Karre hier ist. Oh, bis ich die bestellt habe. Nachdem ich mir ein Zentrum gekocht habe, würde ich mich auf jeden Fall automatisch verletzen. Es kommen at you. Es kommen at you. Oh, der war geil angehalten. Es kommen übrigens... Oh, scheiße, jetzt kommen die Bullen hier. Nico, lass es. Was macht der schon wieder? Warum bist du denn so ein tollen Idiot? Alter, ich hätte gerade noch so meine Tür zugekriegt. Komm, lass es abhauen. Was sind hier eigentlich hier unten? Ich habe drei Sterne jetzt. Oh, Leute, hier unten ist ein Fluss. Ah, ihr seid auch hier? Hallöchen. Ja, hör mal so schlau. War mit dem Auto. Hahaha. War nicht. Ey. Bist du hier nicht rum? Hm. Ich bin am Baum hängen geblieben, Alter. LOL. Die Gumback hier mal unser Haus. Haha. Komm, wieder hoch? Nee. Komm. Super Idee, Nico. Wie ist die Arzt? Ich weiß. Okay, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir irgendeinen Job machen oder so? Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen dringend Geld machen. Ich habe da noch 190.000. Ich wollte 19.000 kosten. Da doch mit dem Handy. Ähm, Nico, startest du dann oder? Ach so, stimmt. Ja, Nico, du... Ja, Nico, du musst nach Hause kommen. Nö. Ey, wenn man angefangen hat, kann man direkt weiter schalten. Ich würde aber jetzt erst mal meinen Büffern wegbringen. Hey, der ist so... Hey, der wird doch dann... Mit dann ehemst, äh, Dings gestellt. Okay, so you're serious trouble, and you need my help. Ja, wieso? Okay, okay. Der bleibt doch so, ob du selber gestehen. Nein, nein. Wenn du eine Mission startest, kommt er in die Garage. Du kannst, du musst ja dann eben zu dir leben. Da habe ich nur noch etwas, wie geht damit. Also, fahr ich nicht rein. Sag's Bescheid, wenn du uns eingeladen hast. Äh, jo. Oh, Nico, jetzt muss ich... Ich muss noch mal sterben, weil sonst... Allein. Ja, ich muss gleich noch mal sterben, weil sonst kostet es für die Stehen Dinger loszuwerden. Meine, ja. Oh, Level 22, oh God. Oh, ich bin mit dir. Egal. Der ist ja fast so schlecht wie Johannes. Was ist das denn für einer, ey? Seht ihr nicht? Warte, 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 ich will sehen. Ey, wie mache ich das? Wie mache ich das? Bruno Spielwer. Bleib mal, der soll dir hinterher laufen immer und nicht, keine Scheiße machen. Sind wir dabei. Viva Colonia. Wieso sagt der was, Nico? Nö, er war gerade echt in der Mission. Oh, wieso dauert denn die Sitzung, wird gestartet. Oh, ich seh den nicht, der hat irgendwas auf. Wo bin ich denn überhaupt? Da hinten. Taktisch, Kuruma. Jawohl. So läuft das hier. Die Euro sieht komplett scheiße aus. Da hast du recht. Aber kein Scheiß. Würde er aber auch ohne die Maske. Da stimmt. Oh Mann, drück doch mal bereit, Johannes. Ich bin noch nicht fertig. Du machst doch noch nicht mal irgendwas. Sehe ich denn scheiße aus? Oh, nimm doch mal dieselbe Maske wie wir, dann haben wir wenigstens Partnerlook, ja? Dann weiß man, dass wir zusammengehauen. Besser? Ja. Ja. Drück euch jetzt einfach auf bereit an. Bitte. Kirch hier noch. Ach krass. Anfälle, ey. Alter. Entschuldigung. Mit seiner Klasse. Ja, das ist ein Veränder. Ich bin noch mal. Ja, ich fahre bei dir mit. Ach krass. Oh, Leu, wo ist mein Auto? Achterhin! Wo muss man denn überhaupt raus? Wo muss man denn überhaupt raussteigen? Gibt es zum in Schülens? Nöööööön. Was hat denn die für krasse Anzeigen alles? Also ich bin schon da. Ich noch nicht. Ich brauch noch 700 Meter. Ja warte ich komm schon mal hier hoch. Das Ding ist so, dass die Straße komplett kacke ist. Ich fahr hier überall runter. Wir kommen euch entgegen. Habt ihr das scheiß Auto schon? Ja. Ach damit müssen wir da hin, ne? Ja. Ja Jojo. Was machst du denn? Ich fahr oben mit. Alles klar. Was macht ihr alles? Hey lol. Bei mir bist du gerade voll drüber geflogen. Bei mir auch. Ja weil ihr euch ein bisschen leck. Ja. Ah ok. Alter es sieht aus wie so ne Disco hinten drin ey. Wieder ne richtige Party drin. Oh. Easy. Das ist kack Auto oder? Das ist kack Auto oder? Ja es ist nicht wirklich schnell. Oder? Oder? Aber gepanzert ne? Ja aber gepanzert. Immerhin ne? Man kann nicht alles haben. Ja. Aber in GTA ist alles möglich. Weg da. Johannes bist du noch da? Ja ich will bloß nicht reden. Ok. Wieso? Oh scheiße ich bin fast abgebogen. Bleidigte Leberwurst. Nee nee nee. Das war klettert. Lo- Ich glaub wenn wir Sterne kriegen ist es äh. Bricht es ab. Aber jetzt wissen sie dass wir kommen. Hör mal auf. Wissen die eh nicht. Doch natürlich. Ja noch 1,6 Kilometer. Ist ja immer im LapStream. Wie viele Dinger wie viel hast du denn davon? 20. Jetzt auch 9. 20 insgesamt. Das sieht aber eigentlich ganz schön aus. Hey zwölfter mit Molotows alter. Das bin ich nicht. Oh Johannes. Johannes. Bei mir wärs ok gewesen. Fahr da einfach mal rein. Fahr mal langsamer. Wir sind schneller als die fliegen. Das trifft. Oh nein. Soll ich den Weg zeigen? Da lang. Wir können das Ding einfach über alles drüber fahren. Wir müssen da lang. Ja ist gut. Aber der letzte. Oh. Was? Hier lang ja? Oh du hast ne Granate. Nein fahr da nicht hin. Nicht ja. Oh nein. Okay ich hör lieber auf den Granaten. Ach müssen wir das jetzt machen wo wir hier äh. Ach so die Mission alles klar. Ich weiß was wir machen müssen. Wir müssen da doch auch jetzt hier im äh die Leute killen. Ganz leise ne. Oh. Ja. Wir haben noch nicht rausgefunden wie. Na ihr müsst die gleichzeitig killen. Jetzt müssen wir gucken wo die Leute sind oder was. Ja ja ganz toll. Komm mal. Alter wie man hier hin und her schwenken muss. Ja wo einmal ist da einer gespawnt? Ja. 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 Wenn es alles gab. Ja. Ich nehm den am Anfang. Ne ne. Da stehen manchmal mehrere auf einen Hauf und die müssen wir dann gleichzeitig killen. Okay. Mit Snipern. Sag das mal dem Hurensohn. Ähm. Einer muss hier im Auto bleiben. Ich? Naja. Doch. Doch.